Oh, ich bin jetzt ein Busfahrer, bitte. Der ist der jetzt böse, der nimmt die nächste Wunderbar mit. Ja, klar. Also, die wöchentlichen muss hier Server machen, gell? Ja, der muss Server machen. Oh, fuck. Er ist nicht hier. Check die Kameras. Alter, schießt, er hat noch geworfen. Er hat die Hälfte geworfen. Da bist du. Da bist du immer wieder. Nein, er ist nicht mehr. Scheiße, wo ist der jetzt? Was heißt das? Fuck, Alter. So, du kleiner Penner. Ich bin schuld auf den. Ich bin schuld auf den. Ich brauche keine Hilfe mehr. Und du bist ja schon dort, gell? Wer schießt da? Wir müssen noch mal zu Hause, schnell. Ja, bitte. Aber ich habe doch gar nichts, aber kommst du mal lang. Hallo, Abi. Ich habe keine Scheiße geworfen. Nichts zu sehen. Ich gehe einfach mit dem. Was ist denn da, lass? Ist ja da zuhause, du wirst. Da ist er da vorne. Da ist er da vorne. Du bist ja die Bestie. Du bist ja die Bestie. Die Bestie. Du bist ja die Bestie. Wenn wir mal von Philipp rein, wäre es schön. Fast, fast. Aus. Der will mir nur hauben, hauben, hauben. Aber geibend hat er nie. Der will nur alle drüben haben. Ja. Entschuldigung. Warte, das wollt ihr nicht wegnehmen. Aus. Ach so. Du hast mir nichts wegnehmen. Ich will gar. Hat nicht gewusst. Philipp, ich habe ein Scharfschützengewehr. Ich auch. Niemals. Ein violettes. Woher haust du dir immer? Ich denke mir doch. Fünf Runden hintereinander kriege ich kein Gold. Hör auf, Alter. Der ist sicher Cheater. Der ist ja immer in meinem Baum. Ja, das ist ein Baum. Wir waren inzwischen bei deinem Baum. Aber ich habe jetzt auch Gold in die Waffen. Schau. Also, meine sind grün. Mein Beste ist auch blaue. Und mit der spiele ich die ganze Runde lang. Ey, geh da mal zur Tanke rum. Ja. Rappe. Ich bin überglaubt, da gibt es nichts mehr über der Tanke. Sorry. Gar nichts. Ich habe schon Trochen gefunden. Pass mir an, Trochen, lieber. Du, Trochen, du. Ja, du. Ja, du bist nicht. O, der ist ja. Wo ist denn dein Trochen? Das ist ja auch. Tröchen. Doch, das ist da aber so groß. Ja, wenn ich mich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, alle. Aber was? Wo ist denn der? Wo ist der Trochen da, Herzl? Hey, wo ist der? O, ich kann um so. Ja. Wenn du schon alles hinten machst. Das ist die Eisruhe. Achso, mein Gott! Anne, schau, wo ist da denn Sonne, die? Ja, ich denke noch an. Aber wir haben uns zusammen beschäftigt. Ich hab jetzt die ganze Tankstelle so leicht. Ja, ich. Ey, ich will den anderen. Hey! Ey, wo bist du? Ich weiß wie das. Oder die andere. Danke. Hey! Oh, voll! Ich will nehmen einen Lambo, der ist cooler. Oh, je. Oh, je. Ernst? Oh, je. Ich hab's mir nicht angestellt, der Kollege. Das Auto explodiert, gerne. Und dann um rein, ich fahr' zu mir hin. Gehen wir zu Rocky Reels. Steig ein. Dominik, fahr zu Rocky Reels. Jawohl, ich fahr' zu Rocky Reels. Was ist denn das? Ich habe ihn markiert Na, ich bin auf Platz komplett Niesen, Alter An den Engel kommen sie nicht weiter, ich habe sie schon zu fahren Ja Ich merke es Da hängt sie auf den Gobi Wo fasst du zusammen, hey? Ich fühle dich schräg am Blau Oder hast du die Wildsaber gesehen? Was ist denn das? Hallo Weil ich schon alles vielleicht nicht auflebe Oh Oh je Oh je Oh je Pass nur mal die Straße an Hey, da rammt er Bleib steil Oh, was war da ist jetzt? Wohlder Was ist denn das? Ich bin nicht Entschuldigung, ich habe das alles geholfen Ich habe das alles geholfen Wo ist er hin? Lohne ist weggepronged Ich muss noch Oh ja, oh ja wir sind nicht da Verhalten, das ist mir Was ist mit dir los? Hey! Warte, was war das hier jetzt? Warte, ich hab nicht immer irgendwer's verloren jetzt in deinem Kampf. Hey! Der wirft mir mit der Scheibe auf. Dominik, hast du mir jetzt mal bitte wieder berlin? Ich weiß nicht, was einer da ist. Das kommt mir vor. Gott sei Dank. Da läuft einer. Ah da, nicht. Wow, hey, das ist ja den Blumen, Alter. Ist da unten? Ist ja jetzt Flecker wieder vor uns oder was? Da unten! Wow, Alter, ist echt... Also da oben. Äh! Ah, der vor uns, da! Hey, Alter! Ja! Oh, noche, 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 noche! Jetzt kann der Dobi! Der schaut aus dem Buch! Hammer! Hammer! Aber das war jetzt cool! Oh, steil! Ey, jetzt gab's Dobi-Renten noch! Ey, ja, fast. Ey, warte! Das ist ja eben, oder? Was kannst du da? Ja! Ja! Ach so! Wo ist er jetzt? Ich brauche eine Marsch, du? Also habe ich ja. Kann mir schon mal medikipp? Ja, ja! Ja! Jo, danke! Gerade immer, der im Mäd's Nebel socken haben. Die sind cool! So, kann man jetzt Rocky Reels? Ja! Jetzt kann man! Ach so, ich brauche jetzt kaum mehr mein Haar! Ich hab halt Angst, weil Amscher benutzt will ich nicht! Ich hab' ja nicht! Nein! Ich hab' ja nicht! Ich hab' ja nicht! Ja! Ey, schieß das auf mich! Ich hab' ja nicht! Wie soll' schieß das auf mich? Wer? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich kann mir das erzählen, dass du das brauchst. Nein, danke. Hey! Hey! Was ist? Was ist das? Tobi! Tobi! Da ist ein Schild. Danke. Cool. Ein Schild? Ein Schild? Das könnte passieren. Blei der Wohl vorne. Warte, lass ihn bitte! Ich brauche ihn! Nein! Was hast du gesagt? Na Dominik! Na Dominik! Na Dominik! Na Feli! Hey! Na Dobi! Na Feli! Na Feli! Na Dobi! Na Feli! Was ist ein Greifhandschuss? Das ist ein Dive-Roll. Das ist ein Dive-Roll. Das ist ein Dive-Roll. Die Greifhands kann greifen. Feli! Das ist ein Dive-Roll. Das ist ein Dive-Roll. Das ist ein Dive-Roll. Nein, das ist ein Dive-Roll. Ich kann ohne Medikits kommen. Ich kann zum Beispiel drei... Was? Du steigst voll her, die nicht. Nein. Das war's jetzt. Ich kann ohne Medikits nehmen. Okay. Ich hab Medikits. Brauchst du ihn oder was? Nein. Ich hab vier drei Filz. Was? Okay, danke für dich. Oh, das ist so eng, dass ich mich höre. Wieso steigt es mit dir so? I don't know. werden... Oh, wow. Ich hab's blieb's. Die gehen echt jetzt hin, wir sind vor uns, Leute. Das ist ein Lütz-Kaste. Wir sind vor. Und in die Richtung. Überrasch, ein Finder. Wow! Ah, so, ich bin. Jetzt sind komisch ein Glück, wenn ich's gesessen bin. Wow! Pro Euro Pro Pro Läuftana das heißt er ist nur und er hat man braucht auch schon und dann kill unmöglicher Schuss über 250 Meter über das auch nur schulden Das ist ein grosser unnötiger Killer. Das hört auch so. Wir müssen schauen, dass hinten an die Kanne kommt. Aber sonst... Ja, machen wir jedenfalls eine Seite. Ja super, alle rennen wieder da oben. Hört's gegen Orme Dummy? Da ist wer? Da oben? Da läuft er. Ja wer? Oh nein, was die erste Leute... Da hinten ein Baum... ähm, Feldhölk. Der ist da ins Haus rein. Bist du sicher? Ja! Da! Links! Die Sonne kommt, die Sonne kommt, wir müssen da weg. Die Sonne? Die Sonne! Ich komm nicht runter! Da ist ein Feind. Ja, da lassen wir uns hin. Na fein? Na fein! Ah, ha, 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 ha! Da wird eigentlich so ein Tauben nicht ernsthaft. Hey, du willst ja wie, du beleidt dumm, ich schlägt zum Bus! Da drüben ist einer, ich kann's doch den Bus. Ja, er kommt nicht wirklich... Einige Scheiße! Du Witzbeidl! Oh! Oh! Ach so, dann dann! Ich brauche auch Medikin zu nehmen! Oh, geh her! Ja! Achtung, da kommen zwei! Oh, ist er! Hier oben! Ja, ich mach das! Ich hab's nicht mehr Hilfe! Ich hab's nicht mehr Hilfe! Ey, ich bin in einem Turm! Ah, das ist mein Geilbein! Du Scheiße, kann man mehr Haar schon weiter! Wo war denn der ist jetzt? Was für Sau! Oder von dem Socken ist es nicht mehr heiß. Ich hab's hier auf啊! Da hinten ist auch einer! Ich weiß... Ölge mir ist auch einer! Oh! Oh heilige Scheiße! Ich bin der Seppanghelfer. F**k! Oh genau wir haben hier... Der bin mit Kam, wir haben mit Haar gekilzt! Ja dann komm zurück da! Ich brauche da eine Medikin! Ich brauche einmal wieder eine Wiederbetriebs- und muss Fuddla! anwesend anwesend ausgab ich habe auch immer ein geheimnis machen wir sind mit dem in in der wunderschöne Hey, du lachst an und lachst zum Bus, an und lachst zum Bus, wo drin ist das schon? Aber der ist im Sturm. Lass auf dem lachst er zum Bus. Alter! Ja, ich! Achtung, der kommt raus! Der kommt zu euch! Ich schau nicht zum Bus, ich bin ja hin! Du bist aber zum Bus. Ey! Hey! Ja, ich hab den dritten Linden! Ja, ich hab ihn! Super! Aber ich hab ihn umbraucht! Danke! Ja, lachst euch! Ich lebe Nummer 4! Wollt ihr Philipp überhaupt? Ah, ich lebe Nummer 1! Ja, komm, dann kann ich mich nicht! Wie können wir nochmal sagen, Mädchen jetzt? Ich hab ihn aufgehauen, wenn ich hier schilfortnet! Ey dann! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn kurz, ich hab ihn nur! Es ist noch nicht, nicht länger! Es ist noch nicht. Es ist noch nicht! Na, Scheiße, mein Gott, das ist wohl drin, das. Ja, war es nicht. Sind Sie eine Summe? Ja, warte, ich bin. Das kommt von da. Hey, er wird ja wohl wissen, dass sie im Garten ist. Der kann ja gleich aufgeben, oder? Yes! Und der Felip ist wieder tot gewesen, ist eh klar. Ja, klar. Ich hab's euch wieder ausgezeichnet. Ja, klar. Mit dem Scheiß kam er einmal hin. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar.